Da man, ich war rausgekappt. Wann ist mir so eingefallen? Wann ist mir so eingefallen? Scheiße, ich muss ein Browser. Ja, Lila. You will never be blue. Äh, hab ich schon mal rausgekriegen. Oh, du Leute, ich bin gegen Vollplan. Oh, geil. Dann geht das dann. Ach so, weil das jetzt an mir lebt. Ja, natürlich. Jo, alles lebt. Und du hast ein 700er-Paint. Der geht mir halt im Lauf, in der Stelle. Ah, er geht sich schnell. Das, das, das ist irgendwie. Nö, guck, jetzt geht er schon runter. Hallo. Hey, jetzt bist du zu spät, du glaubst. Ja, ich war kack. Warum? WTF, hat hier eine Waffe drauf? Soll einer bunny hofft von denen. Einer kann bunny hoffen. Oder Skript. Ey, ist eh ein Skript, ja. Lol, ich hab Dingen. Alle wieder Prefy. Wie die alle Prefyren, alle? Ja, komm, die ganze Zeit schießen. What? Okay. Sieht nur mir so vor, dass die Prefyren, oder? Äh, 1300 Stunden. Mhm. 700 auf dem Server hier. Server? Ist ein Test? Die Matchment. Das ist ja. 700 auf dem Server. Alle, wie die Pü fallen, das ist ja mal sick. Okay. Der Apex da hat auch 900 Stunden. Das ist ja. Aber auch nicht ein Tänschen. Ich bin traurig. Möchte die nicht rauchten können. Hier ist das hier. Ich bin lauter. Du hast die Reaktion. Dann suchst dir, Coff. Das wird nicht die Touchdown. Schauspieler Können wir mit hier gehen? Ich geh fast zurück über Banane Ich geh fast zurück, oder? Ich geh fast zurück, oder? Nein, wir sind einmal, alles klar Dann geht das Term Wir sind nicht supreme, Alter Ich kann ausschreiben, ich geh mit dir Ich geh mit dir, ich geh Banane Und jetzt? Keiner hat von mir gehört Also B hab ich jetzt free, gell? Wir können auch gerne A gehen. G vom A. So, und wo drücken die jetzt wirklich? Ja, komm da. Seht, die spawnen, die werden verschieben, weil die denken, oh, oh. Einfach nur schlecht. Kommt der nach Answort, ob der Ninja hat? Nö, juckt da keine. So, aber nicht. Scheiße, ich hab den zu Petty gegeben, Mann. Der hat 3,90 Tonne gefressen. Danke, das Blödi sind so gut, äh. Schmalt, ey. Ich bin ruhig. Block war doch immer, war doch immer One-Chill. Ganz ehrlich, ich konnte grad irgendwie nix. Alter, der hat doch die Fresse. Ja, das ist halt, weil die Boys haben... Ey, das war ein bisschen high, ey. Äh, halt striping. Ich muss, ey, lass mal gleich ein Brötchen break machen, damit ich meine Brötchen abholen. B, nur noch einer wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich flash, lieber. Ding, habe trommel. Ja, unabend. Und da sind doch noch zwei. 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 Ich zieh dich zurück. Ja, gut, Nino. Ja, gut, Nino. Ja, ich hab nicht mitbekommen... Ja, aber und du hast nie... Warum mal Affe mit Waffe keinen... Ach, äh, Affe mit Waffe, deine Main-Waffe? Wieso drückt ihr denn... Warum machen wir den jetzt ne... Weil ich kurz meine Brötchen abholen muss. Weil ich kurz meine Brötchen abholen muss. Warum... Der pusht dich. Krieg ich mal los. Der pusht dich. Mach Zeit. Links. Ja. Ja. Nice. Der Affe, Alter. Der regelt. Ja, aber darf ich dich trotzdem fragen. Warum tut du keine... UMP... Äh... 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 Ja, das passiert, wenn ein Kuh drückt. Ich hab... Ich hab... Hey, Kuh. Warum denn Kuh? Ja, bei mir ist Kuh. Sorry. Kuhs reden. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich kenne von jedem Spieler in dieser Welt kenne ich Kuh. Gleich war für mich werfen. In Gary Seed. In der COD. Ich... Aber von jedem anderen Spielidiot. Das von mir... Also von mir... Bei Gary Seed. Bei COD. Überall ist, äh... Cool wegwerfen. The Dropman. Cool switch. Also ich nehme dann mit zu, Gary Seed. Ja, bei dem Spiel so gemacht. Ja, weil das ist eigentlich... Ich hab bei, äh... CS Gold Q angestellt, was eben anderes Spiel anders ist. Weil ich von Gary Seed's Mord immer cool gewohnt war zum Wegwerfen. Ey, also Nino braucht nicht. Nino hat auch noch Bombe. Ja. Lass den mal Kegner. Ey, Affe mit Waffe kannst du mir schnell Techline droppen. Schnell, 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 schnell. Was, Tech9? Ja. Warte. Schnell. Und Nino ist zu spät. Chichi. Ah, er hat noch 50 Sekunden später. Wetten, jetzt kommt er. Ja. Doch. Oder auch nicht. Warte, wie lange braucht der? Doch, doch, schnell, 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 schnell. Alles gut, haben wir gewonnen, haben wir verloren, haben wir gewonnen. LOL. Ja. Warte, ich hab Mitte. Ah, 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 ah. Soviel zum Thema, danke das, Ronald. Jetzt hat es sich doch noch gelohnt. Juli, krieg den Absprang. Was nicht? Wo? Wo steht der da denn da? I am go when I get it. Rechts, 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 rechts. Ah, 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 man. Acht, ich wer finde ein Kabel drum und eine Flash? Hallo. Ich der hinten, ich der hinten. Ja. Von hinten. Ich deck sie hier. Das ist direkt. LOL, nice. Hey, du hast echt recht, ich hab grad auf Buddy gezielt und das war sowas von Head. Hey, warst du mit Five-Seven? Nee, Deck-9. Ja, mit Deck-9, musst du auf Buddy zielen. So ungefähr auszuhören, dann geht's mit Head. Was macht eigentlich diese Fade, Alter? Der macht nichts. Der redet nicht, der macht null Kills. Hello, Fade. Can you talk? Can you kill? Can you anything? Eines rüber. Eines rüber. Eines rüber. Loll. Idiots, Alter. Der da. Oh, 300. Okay, der gelbe wirft einen Molotow da, wo wir hin müssen. Alright, wie gut. Eines rüber. Wichser, Alter. Was hat er für die Kulisse? Warum wirft der da einen Molotow hin, wo wir langlaufen müssen? Das ist das Silber, Alter. Der kann der nächste Typ. DT, Achtung, der lag is fck. Der leckte, der leckte Der leckte Alter, da habe ich mir mit einem Header gedrückt Yellow, don't throw Molotov where we want to go It's silver like Ey, dude, you have nice English speak I, I knur Okay, maybe you can learn it in school No, because I'm, I'm Inder Yeah, man fangt gerade, der ich suche Ne, aber Inder kann richtig gut Englisch sprechen, man Na, aber mit nem Kack-Azent, alter That is, that is so cool Achtung, die Russian-Banane durch, man Alle? Ja, ist klar, ich krieg noch nicht jetzt einen Bock Ja, absolut wie Eine A Blende immer blau Ja, wo du bist Pro Antwort Affe Wo ist das blaue noch Affe mit Waffe? Oh, 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 oh Ich bin, krieg du den blauen Wo oben? Schon tot Ja, blende mal um die ecke kommen und den doden also ich denke ich habe ihn doch gehabt ich habe schon gedrückt hat mich verdrückt ich wollte ich 1 ich hab zu dir gesagt ich habe einfach nichts als russer alder auch gar nicht nicht nur ein job dem nicht deswegen ich achte da drauf ich achte da drauf nicht der Junge er braucht den Top ja hier als er meine AK nehmen wollte der guckt jetzt nur so 10 Minuten und bis er ihn mal aufhebt alter denkt sich so wie hebe ich ne Waffe auf da steht einer beim Auto Garnet Garnet Achtung ja ich bin ein Traktor ich bin ein Traktor das sind noch welche also rücken sie können wir A gehen vielleicht wenn nicht auf ihr ich komm hier nicht hoch weil immer wenn irgendwas passiert wenn ich nicht also die sind gerade von A nach B komm Achtung genau Achtung Achtung Pit Pit Runden ja Pit ja die Runde ist eh weg Alter ich dachte ich bin oh Gott der geht jetzt beim sprayen doch 28 in 6 28 in 6 da kommt auch nichts an ja Eko 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 C O Hätte echt einer vorher sagen sollen Do you know the word E.C.O.E? Ja, anke schön. Ne, schon. Dankeschön. Ja, die können gar nicht. Das ist ein Franzack-Gelder, der nicht Deutsch prüfen hat, oder was? Das sind zwei. Ja, wir gewinnen. Ich färfe Fläscher. Ah, nice. Ja, ja. Grün hier habe ich schon. Geh weg, bitte. Ey, ich hab einen 77 und eins gegriffen. Gelb, geh weg. Fuck. Ach so, klar sieht er mich. Klar sieht er mich. Zwei mit dir, zwei mit dir. Ja, der kommt von hinten, Leute. Ach so, da kommt jetzt gleich einer mit einer scheiß MP als drauf. Würde hinter euch sein. Hab noch gesagt. Der pusht rein. Warum pusht wieder rein? Weil das schlau war. 1.8. War schlau, als rein zu pushen. Ja. Ja, aber es macht doch keinen Sinn. Ja, aber es war doch schlau, natürlich. Es macht keinen Sinn. Doch, weil er wusste, dass die hinten abgedeckt werden. Ja. Ja. Er ist einfach nur reingerusht. Die sind halt nicht Silber. Doch, sind sie. Hat er gut gemacht, hat auf den richtigen Moment gewartet und hat euch dann weggeholt. Ja. Ja, kann ich nicht mehr. Ja, kann ich nicht mehr. Cool. Und danach nehme ich die AWP, meine. Lass uns nicht mehr. Ich brauche mir die clarke. Ich brauche 你 auch. Ach, scheiße. Ja, ne. Ey, wenn du da oben gehst, steh. Lass mich! Boah! Man kann den Warnernrecks 10 HP, Leute. Ich weiß, ich hab in Ferne oft genug gespielt, aber danke. Nicht unten, nicht unten, das war für mich, unten. Da kommen wir nicht hin. Die haben einen Bot. Okay, Nino, ich deck den links long. Da ist einer. Wer ist da? Da, 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 da. Ey, gib mir meine Arme her. Ich hab mir die B. Oh, Frau Down. Letzter B oder so. Ja, aber die war Asimov, die du hast. Der legt da noch irgendwo drauf. Der, er, er kommt Arch. Was kommt der? Arch. Was ist? Das ist Arch. Du musst sagen Torbogen. Es heißt aber Arch. Nee, ist Torbogen. Nein, es heißt Arch. Ist Torbogen. Gib mir jetzt meine Asimov, du Wichser. Ich hab sie mir extra erspielt. Gib mir die, ich fick dich, Alter. Ich schweig, ich geb dir Headshot. Zeug. Jetzt Nino. Ja, das ist meine Asimov, ich geb dir Headshot, Alter. Du hast ihn aber nicht erspielt. Haben wir jetzt vier Arme? Ja, ne, drei. Ich meine Position ist aber auch Banane-Else, von daher. Nee, egal. Nein, Alter. Ich hab's gehabt. Nee, weißt du, da sprich dir mir zuerst rein, dann kriegt der nicht full damage von hier. Dann klaut der mir den auch noch. Mann, mach ein Bastard. Sorry. Ja, das hätt ich nicht aufsagen können, ne? Das hätt ich nicht abgedrückt. Das hätt ich nicht abgedrückt. Lol, dann gewonnen Smoke. Rechts close in diese Ecke. Ich hab ihn eigentlich voll geh-hitted. Ich weiß nicht, ob er nicht drin war. Ah! Wir können diesen Fake-Tip nicht kicken, Alter. Der spielt wie in Silber. Nee, 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 nee. Bitte nicht, bitte nicht. Doch, Affe mit Waffe drück, ja. Nein, drück F2. Nino, F2. Nino, bitte. Abne den Bot, Alter. F2. Oh, nein, 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 nein. Ich bin durch mit Waffe. Ach, kann nie hin. Der Ding wie Knopf zackt. Nee, ich hab keinen Bock auf den Bot jetzt. Ja, aber den... Bot ich mich ganz leer. Ja, und? Wenn den Eimer magst. Den Chase, weil der Bastard. Gut. Was machen wir denn? Wir haben noch kurze Sekunden, Leute. Dann frisst du deine Potze. End das nicht. Das ist so geil. Wenn du noch einmal zu meinem Sohn sagst. Dann wären wir ein Hurensohn. Oder ein Bastardsbrot. Dann, äh, dann. Ja, der geht nicht. Ja, der geht nicht. Die haben an. Ganz ehrlich, dass sie das bewusst hatten. Kennt ihr diesen Afrikaner, der immer sagt. Kein Sess in meinem Haus. Und ihr geht nach Rastikland. Fast, 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 fast. Ja, schafft der eh nicht. Der Gelbe ist zu dumm. Der, 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 der darf nicht. Der Gelbe ist zu dumm. Der Gelbe ist zu dumm. weil der interessierte Schlager da ist mit dem wo man Tanke Đutz weg ل distiekt sich. Oh nein. Der wird richtig GLGensible 성공 sein. Der ist mit dem hexen kostet brauchen. weil ich die ecke ich glaube ich oder wir können das eingeht was auch in das 100 pro einer weiß ich jetzt ja blende ich habe steckt dich ja gehen das war doch keiner ich hab ich habe ja aber ja aber das ist also von der logischen logischen herz und ich war geflasht und ich wurde von nicht von kontakt ja ich hab nicht gesagt also von einer hälfte mussten bei den geringen ich habe alles und ist richtig gut bisher nicht mehr das heißt hier ich habe zwei die entscheidende er hat auch In die Ohren, in die Smoke selber. Ich hab... ey, das wollen wir Banane sprengen. Das ist ein Hintergrund. Das war ein Hintergrund. Fick dich, Alter. Nur weil du... Hier bin ich jetzt da. Ich hab's auch gelacht, Alter. Geil zwei Kronen. Eine Minute, wir machen das Geräusch. Ich lieb das Geräusch. Yellow, goby. Ich finde sie so lacher halt. Hier hört sich zwar so lächerlich an, man sieht ja so geil, weil ich nicht so. Berkei einer. Dann schnell pushen, komm, 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 clean, mach. Nice, ja, gut Arsch auch clean, aber ... Goby, goby. Ich finde sie so geil, die sind so gut, so gut, so gut. Was soll ich dir mit der Gelbwert? 1, 1, 8, Yellow, is, der war wie das 1 ich möchte ich wollte noch alle das ist so schlecht mal bei mir geht jemand von einer festgehalten ja bei uns war der erste wurde alle gut standen also er steht da wieder Boah, ich hab bitte die Bombe, warum? Achtung, Flash! Guck mal hier. Er guckt. Hey, Juli. Geil. Achtung, Flash! Oh, komm, Dingens Drushed! Achtung, geht jetzt! Ihr braucht immer viel zu lange, Alter! Wir müssen einfach nur draufdrushen. Jetzt nehmen wir jetzt wieder drei Stück auf CT. Jetzt gehen wir A. Geht A, ja, los! Komm, Juli, bei Aps, go, go! Dann wird auf dem Weg noch einer weggeholt, guck! Ja, okay. Stell, drauf! Warum braucht es zu lang? Ja! Bleibt genau das hier! Bleibt genau das hier! Hatt' ich vor! Ich plier! Uns wird überall gerafft! Ja, ja, eigentlich schon! Blenden! Da war jetzt Bibliothek einer! Nein! Jetzt nicht nach lang, nicht nach lang! Nicht gut, Short! Fuck! Genau deswegen! Der kommt! Er geht da Richtung... Short! 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 Geht wieder auf Long! Short! Ne! Doch! Ne! Ne! Letzte lang! Bibliothek glaub ich, oder so ne Scheiße! Hast du dich nachgeladen? ich hatte gern über die Bombe, das ist ja noch schlimmer Yellow ist doch die Bombe Drop Bombe Ja, nice, Affe mit Waffe, block halt noch mehr Ist das gut, ne? Ja, ich wollte mir von Yellow die Bombe holen Ey, der hat's ja doch eh nicht geblieben Ja, ich dachte, du auch Ich hab die Hand, Tim Die Menschheit ist ja okay, aber der nicht Oh Gott, wenn du bestärkt Einer, äh, A lang Der hat grad nen Chicken zerschossen, der Idiot Ich glaub, die haben schon aufgegeben Es geben die echt nicht auf, die können's doch Können sie nicht Doch, einer hat nen Bann kassiert, zwei Stunden, ne? Der hat sich vorhin nen T-Mail angeschossene Bann kassiert Nein, steht da, 8,5 Habl, roll, habl, Energie ist raus Au Habe ihn gehittet oder nicht? Der steht, äh, Kabelhalle Droh, wir sind los weg Nino, wie war das mit, auf Brustkorb zieh und dann ins Headshot? Ja, ich hab zu hoch gezielt, ich hab's gemerkt Nicht nachlassen Er hat nicht immer wegen zwei Schuss nach Ja, ja Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn Mach ihn, mach ihn, mach ihn Wieso machst du keine Steps Steregat Nicht nachladen Nicht nachladen Nicht nachladen Nicht nachladen Letzte Banane Er rafft nicht! Da links, ja! Aim dahin! Langsam zu Bomben, aber aim Banane! Das ist nicht Banane! Go, 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 go! Blende einfach, go! Blende, blende, blende! Geh safen, das schaffst du nicht mehr! Was, warum hörst du denn nicht auf uns? Ne, mach was ich will! Geht doch nicht! Wir haben trotzdem jetzt wenigstens die AK safen können! Ja, ist doch egal! Affe, wenn du wenig Zeit hast, dann nimm die Bombe schon mal raus, während du läufst! Warum sagt der überhaupt nichts? Das ist jetzt mad, oder was? Ich glaube auch! Aber es war, ey, er hat 4 Kills gemacht, das war verdammt! Das war nice, aber am Ende, das ist ja dann locker rausholen könnte! Ja, trotzdem, aber ihr müsst ja auch bedenken, dass das hier nicht sehr handrakes sind, das ist echt nicht easy! Leute, Banane waschen, seid ihr? Ja! Geht mir überhaupt Banane, wenn keiner mitkommt! Wie viele, wie viele, wie viele sind da? Unbekannt! Ja, uns kommt noch einer! Geht lieber! Ja, das hit! Nice! Jetzt könnte weh drauf, go! Warte, 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 warte! Ich smoke, ich smoke! Ach, Quatsch! Da hast du einfach drauf! Okay, smoke doch lieber! Geh lieber rechts in der Smoke vorbei! Sneakend! Ey, ich wollt' gerade so einen Hintergrund! Ja, ich hab's auch gehört! Ja, beide dort gewesen und nur einer! Beide, oder? Beide! Einer war CT und einer war Onspot! Ich bin ganz perfekt! Ach, Juli hat das eh gesehen mit Samorlin! Jetzt seid doch ruhig! Wir können links kommen! Links kommt! Das war Mitte! Guckst rechts wieder nicht! Onspot! Onspot! Ok, bin wieder da! Rechts springt hoch! Ja! Go! Oh! Wo war der andere? Weg, weg, weg! Weg, weg! Weg, weg! Weg, weg! Weg, weg! Nein! Pack auf! Bidderll! Da kann ich bei keiner Arten! Der kriegt voll Bock auf Arten! weil die Beleidigung ihre eigene Mäder wohl sind zu 15 wieso geht ihr überhaupt in Glantäge der NDE wieder so die Vita's denn alter ja auch immer das war da ist der Basterdsboot ach so aber die die hier immer einen Molotow hinwerfen wo wir hinlaufen die sind nicht schlimm oder was die sind doch das hier auch Basterdsboot ja das können wir noch einen von hinten aufpassen bitte AWP auf G ja einer schickt mich aufgehend lass gleich Rotaten auf A damit rechnen sie nicht kommt Leute Leute direkt Rotaten ganz fahr oh der Pushteller durch Mann was Pushteller Pushteller Oben Oben Apps stark angehendet oh what the fuck jetzt nimmt der wieder den AKSkin ich stecke hin Alter man braucht wieder drei Jahre zum Aufliebner Nino Lickner zwei sogar oh MLG Aldi ne das kann lol beide lang beide lang beide lang beide lang ne einer geht nicht noch vor ja aber davor waren sie beide lang jetzt rechts einer Beide 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 geht sie lieber doch nicht das ist n 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 T ne n n n n n n n n dann gewinnt man ja und er war die rechner auf dem angebot gar nicht damit ist das geile wasser das ist die mitte ja das können das können warum muss die geld schon wieder bei mir die achtung ich hab lex ich bin tot ich habe 50er ping was ist mit das ja telekom telekom sagt gerade ab mann bei mir ist auch leute sorry habe ich vergessen zusammen da hat jetzt gerade schon 3k ok komm schon, Ace ist drin Alter, sag doch nicht nur das heiße, du Mongo Mongo, Mongo, kopf, wer ist das Internet? Mongo Der trifft den nicht, ne? Er schießt da an ihm und er schießt da auf einmal weg Ich hab ein 18er Ping Hä, du hast Judy besseren Pinger als ich What? Was läuft? Seit wann hat Judy besseren Pinger als ich? 16, 16 Boah, das ist nicht dein Herz Gott, Gott, Gott Wow Ey, was ist das für dich, Mann? Die pushen, die pushen Banane Die pushen Banane Die pushen Banane Die pushen Banane Der fächte zwar nicht die Kildmann Fuck, einen hab ich mitgenommen, zwei angefragt Ich kann das auch nicht alleine machen, vor allem ich hab Lecks Jetzt machen wir ein Echo Ich hab mir zumindest Kevlar und Dings gekauft und den Chef Ich hab's nicht gebrochen Ich hab' den nicht gebrochen Alter, er blockt ihn halt weg Alter, er blockt ihn halt weg Man, was ist das für dich? Ja, von Ja, von Ja, ey, dieser Typ gibt mir halt Der Typ drückt mir 72 72 Letzte 1, 80 Durchfacken Bananen, Vorbananen Was ist denn was los? Ich weiß nicht, mein Internet spinnt grad voll rum, Alter Ja, gell Danke, dass mir was übelst, ich hab'n 18er P Ja Telekom fackt gerade ab Ich hab' auch soo schlimm Alter, Telekom kackt richtig ab Echt zu, Alter Hey, wir haben... Ich kann nicht warten, nur mit Smoke gibt der mir einen Header Haben die angemacht, oder? Ja, die haben übel Anwohner Echt jetzt? Ja Hey, ich hab' gehofft, dass ich noch den einkillen kann Alter, Pistool-Around drückt einer drei Instant-Teddy Du weißt, was du für ein Account grade hast, gell? Ich weiss Und mir macht's auch nix aus Kaufen jetzt Kaufen Bye, let's fuck him now Backy Back 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 Yellow, bye Hey Oh, kick den Oh, kick den Can you please buy a Rapper? And go A Go A Go A Ne, kauft grad Go A 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 Hey Nicht picken, stell mich mich drauf ins Spot Yellow, hey Stell dich mitten auf den Spot Was ist falsch mit ihm, wenn ich A sag? Ey, niemals fein lach der so St Ebenen St Dank Witz mindestens 2 und die mit Marken brauchen Wurweste der Zeit Nein Die haben an Vor allem als ob der bei Einlass Und nicht nur dir mit Anhalter Als ob der bei es ist doch eh wieder so ein team wo die ganze zeit scheiße spielt mir dachte ich dann in der letzten länder keine ahnung nach der halbzeit meint zusammen machen weil so die seite ist die map hier nicht überhaupt nicht Matthias stell dich mitten auf dem spot gigantisch bei der scheiß mitte vorbei das bin hab wieder time out banane 2 alter mann ich hasse telekom hey banane was soll denn der scheiß habe angehittet Unspot? Ja, ja. Bomb has been cleared. Oh, aimbot, passt, passt, passt. Nice, Nino. Letzter Y. Push ihn lieber. Einfach drauf, Leute, alle drei gleich. Ah, ist easy. Nimm seine AK bitte, nice. Wow, Hackers, wow. Geil, Hackers kann gut. So schreiben die das jetzt? Er hat doch keinen Kip. Der A-Fail mit Waffe, den mussten wir wahrscheinlich toppen, glaub ich. Naja, brauchen wir toppen. Wo bist du denn? Ich hab grad ne AWP bekommen, die Nino genommen hat, danke. Wau mal, der Bot, der AWP. Danke, Nino. Weil ich den Bot AWP gespielt hab. Echt lieb von den Nino? Hey, was? Hey, scheiße, jetzt hab ich ihn mitlegt. Ja, geil, jetzt schaff ich jetzt einen AWP. Ja, dann renn drauf und nimm den Bot. Äh, Leute, warum sind jetzt drei Leute? Oh ja, warte, ich verschieb, sorry. Safe, ist der Bot, äh, Dinge? Der bleibt, der bleibt. Der bleibt, der bleibt. Der bleibt, der bleibt, der bleibt. Warte, jetzt auf. Sofort Bot, sofort Bot. Deploying Flashbine. Smoke. Leute, die sind hier vorne. Ja, er hat mir, er hat mir zwölf in der Smoke gedrückt. Die gehen weg. Richtung Banan. Nee, die kommen wieder vor. Kann sich nicht so ganz entscheiden. Einer hat Hit durch den. Gehen bei den Stich. Wir sind hier im Weg. Perfekt. Ja, die gehen weg. Ja, die stehen noch am K. Dann ist so. Die laufen grad voll über mich drüber. Ja, GG, gilt den Fuchsbau und kill keinen, oder was? Kann mir mal erklären, warum ich ihn geblendet hab? Ja, weil er offen war. Ja, sorry, ich konnte euch nicht rausgehen, sonst hätten die mich instant weggemacht. Ey, Pit steht, Pit steht. Loll! Einer steht für die Tür. Friedhof, einer Pit, anderer Pit. Ja, genau. Pit, 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 Pit. Äh, gib mir eben Schams, gib mir mit, Scheiß. Dachten, der kommt gleich jetzt. Dachten, der kommt gleich jetzt. Dachten, der kommt gleich jetzt. Was schaffst du eh nicht? Ja, das ist so ein Wichser, Alter. Aber der stimmt, der stimmt. Der ist so. Ja, der stimmt. Der stimmt. Der ist so. Ja, ich hab da rein, Leute. Wieso ist A jetzt offen gewesen? Von wem an? Ja, wieso ist A jetzt offen gewesen? Wer ist blau? Ecken, bitte. Bisch. Ja, wieso gespürt den Fuchsbau rein? Und warum hast du gekommen? Geh nicht, geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht auf Kills. Kills sind scheiß. Egal. Geh auf Sieg. Und zwar defensiv. Stehen einfach auf und auf. Erstand mit. Erstand mit. Erstand mit. Erstand mit. Erstand mit. Banane kommt. Zwei. Ach so. Äh, Bot hat keine Zähne gemacht. Nein. Wenn ich's doch einmal mach, mach's nicht. Ja. Ich hab mich verdrückt. Ich hab's doch schon draußen mal gemacht. Die kommen da, die kommen da, die kommen da. Ja. Die Mitte steht. Drei Stück. Der Bot holt die Mitte. Der wird geholt. Der wird geholt. Der wird geholt. Lass mich mal hier drauf. Ich kann Warbane. Die sind nicht zu gehen. Die sind nicht zu gehen. Die kommen. Wo sind die Leute? FB. 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 Oder Nino. Okay. Nino hat die AK. Was hast du noch? AK? AK, ja. Geht hier noch eine? Ich geh mal auf CD. Nice. Ey, die können wieder Back gehen. Wieso sind wir jetzt alle On-Spot? Ey, Mann. Das ist doch... Der hat gesagt, das ist B. Ja, und? Ja, einer kommt schon CT hier. Ja, komm, das ist, das ist, das ist Spielerfahrung. Das habt ihr halt. Da könnt ihr euch nicht beschweren. Einer hat noch Ding in Spawn. Einer spielt hier. 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 Einer spielt hier in Pit. Letzene. Wow. Ja, bitte slow. Oder auch nicht slow. Doch, bitte slow. Bitte slow. Mein Biblisch On-Spot. Jetzt kommt... Weiß. Mein On-Spot. Links. Gretterechnung Biblisch. Die Füße ist einfach... So. Nein, jetzt kommt rein. Nee, noch. Wieso kommt der nicht zurück? Das ist so unlogisch. Hätte einfach die Füße müssen. Der wäre weggerannt, der Idiot. Wir verspielen uns gerade echt. Aber wir hatten Ecke. Ja. Scheiß drauf. Nun waren wir nicht schon wieder 2-1. Ja, jetzt könnten wir theoretisch kaufen. Ja, jetzt habe ich gekauft. Jetzt kauft. Im Pit reicht eine Uhr. Ja, dann habe ich den Bot. Frisch würde es aufnehmen, nur ein Bot. Nee, nicht jetzt. Nee, nicht jetzt. Nichts mehr drücken. Nichts mehr drücken jetzt. Ja, jetzt macht es Riechen. Ja, jetzt macht es Riechen. Flaschbein. 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 Ja. Warte aufs Spot, bis wir verschieben. Ruhig, 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 ruhig. Ich sehe es doch. Es ist nichts mehr. Doch jetzt. Ja, die stehen in Richtung Mitte noch. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt B, es kommt B, es kommt B. Aber nicht verschieben, Affair. Hier, Leute, hier, Leute. Ja, jetzt kann ich verschieben, aber... Ja, okay, verschieb safe. Nice, Nino. Nice, im laufenden Headshot, Alter, du scheiß Hacker. Easy. Wolltest du das gesehen? Wolltest du das gesehen? Äh... Alter? Oho, mach'n Flatsch, Alter. Easy, Alter. Geh' doch, lock'n. Sorry. Brauch' nur ne Main-Waffe. Irgendwo was? Ja, da liegt ne AK, wenn du ein bisschen vorgehst. Aber die kommen jetzt. Die, die UMP, die da liegt, wird mir reichen. Die gehen weg. Ja, die geht weg. Ja, die geht weg. Nice, Nino. Nino Ace. Der ist Fuchsbau, Fuchsbau, Fuchsbau. Ja. Weiß ich nicht, der hört. Wartet der noch? 3 durch, ja, ja. Der startet. Nino Ace. Easy, 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 klatsch. Back. So, ich hab grad'n Perfekt, wann ich auch hinbekomm'n. Wow, bekomm' ich auch hin. Ja, Hacker. Gute hinbekomm'n's. Ich bekomm's auch ohne's Glück manchmal hin. Voll oft sogar. Ja, aber nur immer so zwei, drei Stücke. Nee, ich bekomm' auch öfters zehn hin. Ja, aber nicht die perfekten, die Ultraschnellen. Die Ultraschnellen bekomm' ich ein, zwei hin. Ja, blau, bleib' einfach on the spot. Aber das, was wir jetzt gerade machen, ist auch nicht ohne Script öfters mal zehn Mal oder so. Ja, ne, ich bin auch vom Besuch'n das hier. Von mir gerade hab' ich mal low. Ach du, ich hab' aber okay, ja, ich bin voll rein. 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 Ja, man hört. Scheiße, Mann. Wir sind schon oben drin. Nicht pushen! Doch, wir sind schon durchgepusht. Ja, ja. Ach so, ich bin schon durchgepusht. Ja, lass' jetzt A offen. Die stehen oft immer Action-Reft, Leute. Nino! Wie kannst du denn jetzt mitte stehen? Keine Ahnung, ich hab' nicht gelassen. Ja, warum denn? Das ist ja offen gelassen. Jetzt Nino macht langsam. Ich sag' dir an. Nein, sei ruhig. Sehr ruhig. Ich bin schnell, ist der mal. Ach, das ist eh die letzte. Okay. Okay, doch. Pit, ist richtin' Pit. Planted. Oh! Oh! Na, wirst du doch ein Ding gewesen. Ey, ich hätt' grad fast du den Head gegeben. um ich bin auf die Säge erhält wenn genug Geld er mehr erhältlich gekriegt die Mast ist wie er hat den falschen Abstand wir haben die Träger und die Träger gleichzeitig noch Wege und er hat die Träger so darf ich nicht drücken bei mir das benötigen was natürlich der hat schon auf der Karte Eier 2 Ja ist ja ist okay Du darfst beim Bunnyhopen nicht wehdrücken Gar nicht aber dann löst du nicht gerade aus Hä da drücke ich das ist doch gerade durchs Draven oder wo du gerade aus Der Trick vom Bunnyhopen ist eben dass du nicht wehdrückst Ich denke da wenn du in die Scheiße reingehst Ja deswegen kannst du das ja nicht Soll scheiß alter Wieso ist der Bock nicht hingeblieben der Hohenturm Weil das ist dummisch Was hast du gesagt? Brauchst du Hilfe das dun? dass er nicht Banihopen kann Banihopen ist auch ein König, wenn das überhaupt passt gibt nichts schwierigeres den Banihopen Banihopen ist nicht schwer, aber zu drafdschumpen лиI, aber Banihopen IST drafdschumpen ja, aber ist genau das gleiche nur am Boden es gibt ja links an den stein es gibt ja aber mehrere varianten der pusht, der pusht, der pusht, der pusht, der pusht, der pusht, der pusht ja zwei steps, zwei steps get back, richtung bitte ne der pusht, einer ist jetzt offensiv, einer ist offensiv get back, let's set AWP ja, gute ansage, der pusht, der pusht vor, der pusht, der pusht, der pusht, der pusht der hat 30 Sekunden er geht auf A ne, doch doch nicht nur ich sehe es selber mann Hauptsache was mit Overwatch bietet zu tun hat jetzt hat er sich eh verraten so hat wird sonst echt lange da war er also der weiß wo ich bin ja weiß bei scheiße ey, ich spieße jetzt auch noch ey, das ist doch spannend echo wir können eigentlich nicht, also wir sollten nicht echoen das burnen guck mal ach so ich dachte wir wissen alle bescheid die smocken bitte ah die kam die glaub ich auf jeden Fall ist eine Mitte oh oh jetzt hab ich über nein ich smoke mal orange das kann ich natürlich auch noch blind sein hat die sind ja schon drin ich kippe nicht auf 80 ich kippe nicht auf ich kippe nicht auf der pusht durch smoke Nino ich hab mir deine M4 hergesprengt das hat dir gut gemacht Nino live eins ab throwing flashbine schön bombe, oder? war das bombe? äh ja bombe ich da äh wo sind die? auf B banane, banane bleib da wo du bist bleib da wo du bist die könnten zu dir kommen, bleib mal da ja genau, du seh ich seh nur nix offensiv kommen geh mal langsam, Pit nein hast du echo gemacht? ich ja ne, Mathieu ja A A-Steps, A-Steps ISL E nice blende, blende links, blende links blende links schön, nimm A-K nimm A-K wie schön du wie schön du einfach mal besser wie schön ich dem Header gegeben hab ne ich finde du einfach mal ungewollt den ausgeplayt hast das war net ungewollt, du Mongo ich glaub ich sollte dich messern ich brauch nen Job, dass man schnell ach so, äh ja ok ab, 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 ab hier liegt, hier liegt hier liegt das oh, wo, danke, ja, danke liegt irgendwo nein, die liab ich nicht ich bin, ne Flashbine du kannst auf Steam schreiben, okay ich hab dich angenommen ich werd Flashbine 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 also Leute, ja, kleiner Cut bis gleich also Leute, ja, kleiner Cut